Die Idee Also Unkräuter, also keine Zierpflanzen, die in Gärten oder bei Blumenkästen angepflanzt und gezogen werden, sondern ich wollte die Pflanzen haben, die einfach halt in der Stadtnatur von alleine wachsen, ohne menschliches Zutun. Und die sind nun mal unscheinbar, also für mich nicht so, vielleicht für den außenstehenden Betrachter, aber für mich ist jede Pflanze schön und das offenbart sich dann beim Malen. Also ich bemühe mich, also das ist auch meine Absicht, meine Intention, die Pflanzen 1 zu 1 abzubilden, erstmal in der Originalgröße, deswegen nehme ich manchmal bei großen Pflanzen nur einen Ausschnitt, also den oberen Teil meistens mit der Blüte oder mit den Fruchtständen. Wenn die Pflanzen kleiner sind, kommt die ganze Pflanze mit Wurzelstock aufs Papier und ich versuche auch ganz nüchtern dabei zu bleiben, also da auch nichts hinzuzudichten oder die Pflanze irgendwie zu verändern, dass sie künstlerisch besser ins Bild passt. Das interessiert mich weniger, sondern ich will sie fast fotografisch abbilden, so wie das Modell vor mir steht. Wenn ich die im Atelier dann eben halt porträtiere, weil ich die mir genau anschauen muss und dann sehe ich plötzlich, welche versteckte Schönheit da manchmal dahinter ist. Eine bestimmte Blattform oder eine bestimmte Blütenform, die mir vorher so noch nicht aufgefallen ist und wahrscheinlich auch dem normalen Betrachter nicht auffallen wird. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020